Halli, Hallöchen YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Custom Portal 2 Singleplayer Random. Man kennt es vielleicht, es ist ein Spiel, ja, das muss ich euch nicht mehr erklären, aber wir sind jetzt inzwischen bei der zehnten Map, eine schöne runde Zahl, wie ich finde. Und ich glaube, es gab auch irgendwie so eine Umfrage oder so. Und da kam auch raus, dass es bei 80 oder 90 Prozent, ich bin mir gerade nicht sicher, dass die am liebsten so runde Zahlen haben wie 10, 5 und so. Und ja, aber auf jeden Fall hat gar nichts damit zu tun und ich spiele jetzt einfach mal. Ah ja, die Map heißt Flipflop und ist von Lane. Vielleicht kann ich auch mal erwähnen, ne? Mal sehen, was der Lane so drauf hat als Mapbesteller. Hm, jetzt würde ich nur noch Portal laden müssen. Ja, 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 ich, äh, gut, jetzt geht's. Nicht mal ne Röhre, oh, okay. Ach, auch geil. Ha! So, ich muss jetzt, ich blütze jetzt einfach mal möglichst genau darunter. Sollte hier sein. Hm. What? The fuck? Ähm Ah, ich muss den wahrscheinlich mitnehmen dadurch Jetzt Vielleicht fällt immer noch nach oben Das gibt's doch nicht Oh, ich bin ein schwarzes Männchen Könntest du vielleicht Ah, ich weiß schon Jetzt sollte es funktionieren, oder? Komm, das gibt's doch nicht Das ist doch verarschen jetzt Schön Nee doch, ist die richtige Seite Gut Ähm Ich muss sagen Ich finde die Idee wirklich geil Wenn es jetzt noch weiter geht, dann Jawohl Also diese Map, die kann ich Jetzt schon mal fast Ziemlich sicher sagen Also fast sicher sagen, dass die Sehr geil ist Ähm Laser Was? Ach, das ist ja noch geiler Ich hätte gedacht Ach Ist das geil Ich lauf ne Wand hoch und runter Ach, das ist einfach Hammer Die Map ist Echtes Respekt Es ist einfach Respekt wirklich Das ist Schafft nicht jeder So, ich geh jetzt auch nochmal dahin Damit ich Es ein bisschen justieren kann Ähm Da kann ich Ähm Ich leg grad meinen Kopf ein bisschen schief Ich denke Da Kann Nee, das bringt mir gar nichts Ähm Okay Und ich fange schon wieder an Drüber nachzudenken Ob der Name Irgendeinen tieferen Sinn hat Was er wahrscheinlich Nicht haben wird Warte, warte, warte Warte Ha Ich hab's geschafft In fünf Minuten Und es geht noch weiter Ich liebe diese Map Ich komm nur nicht da rauf Warte mal Hier, so Ah, okay, jetzt Ähm Also mit dem normalen Map-Editor Hat er das sicher nicht gemacht Es gibt ja Ich glaube auch noch so einen Bestimmten Map-Editor Ach, dann muss der Okay Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Ähm Komm ich denn da hoch? Wenn ich so Insolisch-Werkraft ist Nee Ähm Was ist da hinten Ach, da ist der Ausgang Also wenn man das zu lange spielt Dann, ähm Also die Birne wird auf jeden Fall Sehr viel schneller Zu Matsch Ich muss mal so hier Äh Äh, 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 äh Warte mal Warte mal Warte Ha Da, ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn So Ach Scheiß Okay Okay, so geht's auch So geht's auch, ja Dann jetzt Hier lang Oh, nee Nee, warte Machen wir mal so Ach, fuck Stimmt Ähm Puh So Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Nein Das wollte ich nicht Noch Plemplem hier Das ist Nicht mehr schön Schneller Scheiße Schneller Scheiße Komm 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 Wenn es da so rausfällt Gibt's nicht Warum magst mich nicht Wahrscheinlich ist mein Lösungsansatz total falsch Ähm Okay Da ist der Ausgang Was genau ist da Gar nichts Also muss ich hier wirklich Okay Ehm Ehm Mal hier lassen wir es so. Ne. Hier? Nein, das wollte ich nicht, aber ist egal. Okay, von mir raus. So, jetzt. Flieg, Würfel! Na, nach oben! Nimm viel mehr Schwung mit. Du schaffst das. Es funktioniert aber irgendwie nicht. Es funktioniert. Ich kann ja keine Portale schießen Jetzt gerade So, dann bleib du mal jetzt hier Schön Hier, warte mal hier Wenn ich so Dann fliegt es mal nach links wieder raus, oder? Nicht? Probier's einfach mal aus Ah! Warte, warte, warte So geht's doch auch Natürlich Funktioniert mal wieder super Ach ja Nein! Mach gerade aus Und dann hier Flieg! Sag mal, äh Irgendwie will er nicht so ganz, ne? Aber ich denke mal, dass das schon der richtige Lösungsansatz ist Muss man natürlich nur noch umsetzen Warum treffe ich eigentlich nie, wenn ich Also wenn ich einen Würfel in der Hand habe, ohne Faden Kreuz Ach, fuck Ist es sehr viel, äh, schwieriger Ah! Puh! Mit Fadenkreuz ist es wirklich sehr viel schwieriger, ja? Okay, also hier So Sollte es sein Das, äh, wollte ich nicht unbedingt Habe ich jetzt den Map zerstört? Ähm Sollte es nicht so ganz, ne? 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 Vielen Dank.